Die Geschichte beginnt. Eines Tages tat der kleinen Ameise weh. Und der ganze Ameisenbau wusste davon. Den Tag über litt die kleine Ameise unter brennenden Schmerzen. Vier Ameisen standen um ihr Bett. Und eine fünfte kümmerte sich. Und am nächsten Morgen, hopp, sprang die kleine Ameise gesund aus dem Bett. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020